Hallo meine Joystick-Freunde. Heute schauen wir uns den Digital Joystick H6 von Böder an. Wahrscheinlich aus der Bitstar Collection, kann ich jetzt nur vermuten. Jedenfalls Digital Joystick H6. Ja, ich habe den hier neu. Den habe ich mir beim Uwe Peters vor über, oder was heißt vor über, vor zwei Jahren gekauft. Für, ich will jetzt nicht genau sagen, ich will mich jetzt nicht festnageln lassen, aber ich sage mal 15 Euro etwa. Also der war sehr günstig und habe den dann damals in doppelter Ausführung mitbestellt, zusammen mit ein paar Disketten. Das war damals beim Uwe Peters noch günstig zu haben. Der gute Mann ist ja leider im letzten Jahr verstorben. War das das letzte Jahr oder sogar schon vorletztes Jahr gegen Ende? Ich kann es euch jetzt nicht genau sagen. Der hatte einen großen Laden gehabt mit vielen Ersatzteilen, aber der Mann ist leider verstorben. Naja, warum widmen wir uns jetzt den? Normalerweise hätte ich den jetzt weniger gezeigt. Der ist bei mir so eingepackt im Schrank, weil, ich sage mal vorweg, man kann mit dem nicht allzu viel machen. Aber er taucht vermehrt bei Facebook zum Verkaufangeboten an und er taucht auch vermehrt auf anderen Plattformen an. Und wird da so ein bisschen herausgehoben, so wunderbar, was das für ein tolles Teil ist. Und vor allem, weil der palettenweise noch zu kriegen ist. Und da fragt man sich natürlich, warum, dass der noch palettenweise so zu kriegen ist. Ja, wir packen ihn mal aus. Ich möchte mit diesem Video einfach nur mal für Klarheit sorgen, was da auf die Leute zukommt. Weil ich habe damals auch gedacht, boah ey, das Ding ist die Bombe. Und habe nur aufgrund des Fotos gekauft und habe da nicht lange recherchiert. Und ich habe gedacht, aufgrund des Fotos, wir hätten hier einen Klon vom Spectra Video Quickshot. Die erste Variante. Ja, das da wahrscheinlich mitunter der meistverkaufte Joystick auf der Welt. Das da, ja, keine Ahnung. Aber ihr seht schon die Unterschiede. Ich habe jetzt hier gerade keinen Meter in der Hand, aber wir haben jetzt hier neun. Ja, also wenn man will und diese Aussparung hier noch, ja, 9,5 Zentimeter hat er jetzt hier. Und die Höhe, ja, kommen wir so ungefähr bei 14,5. Also ich würde hier verstehen, wenn man hier versucht, so eine Art Mini-Version spaßeshalber zu machen. Weil es gibt ja auch beim Competition Pro ein Mini. Aber dann ist nicht nur die Basis hier unten Mini, sondern auch der Griff. Und den haben sie groß gelassen. Und das Ganze sieht eigentlich aus wie ein Verkehrsunfall irgendwie. Ja, also man kann den fest machen, aber man hat keine Chance, vernünftig hier zu steuern, weil der hier unten einfach immer wieder wegbricht, sage ich jetzt mal. Was heißt wegbricht? Ausbricht, ja. Also ich meine, gut, wer spielt schon so. Aber normalerweise hat man ja hier so fest und spielt dann irgendwie so in der Richtung, ja. Aber das ist einfach ein Krampf. Okay, zum Vergleich. Wir hatten ja jetzt hier gesagt, ja, so 9,5, ja. Und hier haben wir schon 11,5, ja. Also, ich muss auch in die Kamera halten, damit es klappt, ja. Aber, also das ist einfach, man hat versucht, das Ganze hier zu klonen. Man sieht es hier auch an diesen Backen, die der so seitlich hat. Aber das ist halt, hier hast du was Richtiges in der Hand und das ist halt nicht so toll. Okay. Positives. Er ist süß, das will ich sagen, ja. Und er gibt bestimmt auch gute Ersatzteile her, also das Kabel. Und wahrscheinlich sind da ein paar Knackfrösche drin. Kriegt man noch zu kaufen. Aber ich sag mal so, für einen Zehner kann man den in dem Zustand mitnehmen. Man kann ihn mitnehmen, was weiß ich, wenn man, ja, seiner zehnjährigen Tochter was schenken will, um ein bisschen zu spielen. Da passen dann die Proportionen schon eher. Okay. Es ist halt wirklich schwierig, etwas zu dem Joystick zu sagen, weil ich verwende den wirklich gar nicht. Ja, er wirkt jetzt nicht so viel billig. Ja, also es geht. Ach so, ja, unten ist sonst so auch nichts drauf, typenschildmäßig. Ich habe ja immer gedacht, der heißt Bitstar, aber Bitstar ist wohl irgendwie, ja, so ein Label bei Böder. Da gab es ja auch dann Disketten unter Bitstar. So, und jetzt wahrscheinlich, wie es zu erwarten ist, haben wir hier Knackfrösche drin. Noch nicht mal mit einer Feder. Also hier der Feuerknopf ist noch nicht mal mit einer Feder. Der wird einfach nur wieder von dem Knackfrosch hochgetrieben. So, dann gucken wir mal, wie es innen drin aussieht. Habe ich irgendwas versäumt? Ne, es sind nur drei Stück. Okay, jetzt wird er hier vollkommen zerlegt. Die Schrauben sind auch mini. So, das geht hoffentlich da oben durch. Ja, perfekt. Ja, hier auch dieser Feuerknopf, auch wieder ohne Feder. Der ist einfach nur auf den Knackfröschen drauf. Und was sehen wir jetzt hier? Das habe ich bis jetzt so nett gesehen. Das sind nochmal irgendwelche Kunststoffplättchen mit drauf auf den Knackfrosch. Okay, also man hat so gut wie gar keine Resonanz beim Lenken. Es ist auch sehr einfach gehalten. Also hier könnte man zum Beispiel ganz gut sehen, wie ein Joystick funktionieren könnte. Es ist echt nicht mehr. Das sind ein paar Leiterbahnen. Das sind hier die Knackfröschen. Also anhand dessen kann man eigentlich locker einen Joystick nachzeichnen. JS400-01. Okay. Hier ist auch nicht viel mehr. Ja, das beschäftigt mich jetzt. Ja, knacken tun sie schon. Anscheinend ist das einfach gedacht, damit hier eine größere Fläche ist, dass man da viel mehr Druck ausüben kann. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das noch nie gesehen. Also jetzt habt ihr einmal den Böder Digital Joystick H6 zerlegt vor euch. Müsst ihr euch überlegen, ob ihr den kauft. Aber ich sage ganz ehrlich, für die Preise, die ich da sehe, da kannst du dir bald auch einen Tech 2 kaufen oder einen Marathon oder zwei Competition Pros. Also, ja, das ist eure Entscheidung. Okay. Ich bastel den dann wieder zusammen. Der kommt bei mir ins Regal. Für einen Witz ist er immer wieder gut zum Rausholen mal. Oder wenn... Ja, ich wüsste jetzt nicht wahr, dass ich mit dem spielen könnte. Okay, Leute. Ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen was rausnehmen können aus dem Video. Und das nächste Video wird dann wieder ein bisschen ernsthafter mit einem auch ernstzunehmenderen Joystick. Und ja, bis dahin. Macht's gut, Leute. Ciao.